Hallo und herzlich willkommen oder auch Moin, hier bei Tom2Tom Games. Ihr seid jetzt schon dabei in der 17. Folge und wenn ich hier euch meine, dann meine ich euch alle da draußen. Denn BMH ist tatsächlich doch recht beliebt, vor allem wenn man es mit der anderen Serie, die gerade läuft, vergleicht nämlich mit Ascendancy. Da reden wir locker über den Faktor 10, der dazwischen liegt, oft auch mehr, was die Views angeht. Ja, in der letzten Folge zu BMH habe ich die Hallen, also die Winterpause sozusagen hinter mich gebracht mit zwei Hallenturnieren. Das sah erst, ich will es auch nicht so schlecht reden, es sah insgesamt deutlich besser aus als in der Saison. Jetzt hoffe ich aber, dass wir das mitnehmen können in die Saison, dass wir das Momentum mitnehmen können. Ja, ich spiele hier, falls ihr neu eingestiegen seid, spiele ich hier den SV Werder Bremen in der Bundesligasaison 93-94. Jetzt gerade war Winterpause und der 19. Spieltag findet jetzt in Freiburg gegen den SC Freiburg statt. In der Tabelle sieht es ganz düster für uns aus. Auf Platz 16 sind wir da. Und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt ein bisschen hochkommen hier. Freiburg mit Platz 12, zumindest aus meiner Sicht realistisch machbar. Wir bleiben jetzt mal hier bei dieser Aufstellung, das ist ganz gut. Wir lassen auch die anderen Werte und gucken erst mal, wie sich das Team insgesamt weiterentwickelt. Sonst gibt es auch wenig zu tun. Sowohl der Stadionausbau als auch all die anderen Dinge sind immer noch irgendwie in Arbeit. Da passiert nichts. Und ja, wir gucken uns einmal die Stärkewerte an, beziehungsweise wir gucken uns auf Ligaspiele. Da sehen wir hier, theoretisch sollten wir gegen Freiburg gewinnen. Wobei eine Sache natürlich hier ganz enorm reinhaut. Also von den reinen Stärkewerten ist der SV Werder Bremen wirklich deutlich stärker als Freiburg. Aber die Moral hier bei Freiburg 72, bei uns nur 54. Das ist nicht so bombastisch. Ja, ich hoffe, dass das jetzt kein Problem sein wird. So, das Spiel geht los. Freiburg gegen Bremen in Freiburg vor vollem Haus, würde ich sagen. 24.000 Zuschauer. Direkt Eckball für Freiburg, aber gehalten. Ja, das ist nicht der Spielbeginn, wie ich ihn mir wünsche. Aber gut, so ein Eckball, das kann immer mal passieren. Im Zweifelsfalle war das ja irgendwie eine gelöste Situation. Ja, besser so. Oh, gelbe Karte für Borowski. Äh, Borowka. Borowski. Was ist hier los? 27. Minute, 30. jetzt. Gelbe Karte hier bei Freiburg jetzt. Ja, also bisher doch recht ereignislos das Spiel. Also, wenn man von der Ecke und den Zweien absieht. So, jetzt Chance für Bremen. Das ging alles ziemlich schnell. Äh, oh, Neubert aus 40 Metern schießt er. Gehalten. Naja, gut, da hätte er vielleicht auch nochmal 5 Meter weiter laufen können oder so. Ja, naja, gut, ich meine im Moment ein Unentschieden. Äh, das ist ja, mhm. Ach, jetzt. Don't jinx it, ne? Ja, so richtig gut ist das hier alles nicht. Ich werde mal sehen, wie es so weiterläuft. Ähm, gleich vielleicht doch mal schauen, ob wir noch was machen können mit Auswechslung. Sechzigste Minute, ohne dass irgendwas passiert. Hallo. Neue Chance. Ah, Eils. Äh, Mist, ja. Hat den von den Beinen geholt. Jetzt Freiburg zweite gelbe Karte. Freiburg nochmal eine gelbe Karte. Was ist denn hier eigentlich los? Ah, ich dachte schon, nix passiert hier. So, Borowka, der hat ja eine gelbe gesehen. Vielleicht nehme ich den auch mal raus tatsächlich. Ähm, rechts, den Sauer kann ich dafür einsetzen. Das ist schon mal gut. Und, ähm, wen haben wir hier drin? So, da ist Basler drin. 81, 85, wann nennt. Ich würde jetzt mal Marco Bode für den, für Neubad reintun. So. Erschöpfungswerte sind alle tip top. Also, sind ja jetzt gerade erst aus der Winterpause gekommen. Ähm, ich hoffe, dass das so mal reicht, um vielleicht nochmal mit ein paar frischen Beinen was zu reißen. Na, oder? Die nächste Karte, vierte gelbe Karte jetzt schon, aber trotzdem Chance für Freiburg mit dem Freistoß. Zum Glück gehalten. 80. Minute jetzt. Zehn Minuten haben wir noch ungefähr Zeit. Da muss jetzt natürlich was gehen. Wieder eine Chance. Aber abgewehrt. Ja, das wird 0-0 ausgehen. Das ist natürlich total bitter. Ja, das ist, das bringt wieder keinem was. Ja, wir scheinen auch auf dem 16. zu bleiben. Das müssen wir jetzt mal gucken. Ab in die Sportschau. Ja, also Karten gab es auf jeden Fall ja einige bei uns im Spiel da. Ähm, okay. Erstmal mal. Dortmund gegen den KSC gewonnen. Dann auswärts. Aber auch da mehrere gelbe Karten. Dann Mönchengladbach gewinnt gegen 18,60. Schalke. Hier wird Olaf Thun verletzt. Köln, Stuttgart trennt sich 0-0. Oder es ist ausgefallen. Da habe ich jetzt gar nicht richtig hingeguckt. Kann doch sein, dass es verschoben wurde. 2-2 Dresden gegen Kaiserslautern. Bayern gewinnt 2-1. Bochum, Leverkusen. Und hier unser 0-0, das ja vor allen Dingen Karten nachgebracht hat. Das ist eher was für Kartensammler gewesen. Hier auch ein 0-0. Duisburg gegen Uerdingen. Und da werden wir wohl nicht drin sein mit so einem Spiel. In der Top 11. Ja, eine rote Karte, 23 gelbe, 216.000 Zuschauer, 17 Tore. Und wir weiter auf Platz 16. Punkt gleich mit Dynamo Dresden, aber mit schlechterer Tordifferenz. Naja, gut. Ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Aber das, äh, auch von Uerdingen. Da sind wir ja durchaus drei Punkte entfernt. Das ist alles schon... Naja. So richtig begeistern tut mich das nicht. So, jetzt geht's auf nach Leverkusen. Leverkusen. Schön. Joa, das ist natürlich nett. Fahren wir mal die A1 runter. Und steigen in Leverkusen aus dem Bus. Und gucken mal, was da so Sache ist. Leverkusen, 89er Stärke. Unser Moralwert ist zumindest mal gestiegen auf 60 jetzt. Leverkusen hat hier 62 und mehr Stärke. Hei, hei, hei. Ähm. Ja, ich bleib bei der Aufstellung. Bode, Basler. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm. Vielleicht müssten wir uns mal nochmal so ein Trainingslager gönnen. Aber ich hab einfach zu... Ich hab ja keine Knete mehr. Ne, das Problem ist, dass mir die Knete quasi wegläuft. 500.000 hab ich nur noch. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen sollen. Ich hab ja die Zuschauer einfach nicht. Mir fehlen Zuschauer in den Spielen. Und wenn ich weiter so spiele, kommen auch keine Zuschauer. Warum auch? Wer will sich das angucken? So nur umge... Also fürchterlich. Fürchterlich. Dann hab ich auf der Bank hier... Hab ich Geld in Immobilien gesteckt. Hab ich 423.000 für ein Einfamilienhaus bezahlt. Und ist nur noch 407.000 wert. Ist doch alles Mist. Macht das nicht. Also Immobilien vielleicht doch erst, wenn man richtig Asche auf der hohen Kante liegen hat. Das war wahrscheinlich auch eher ein Fehler. Wie ich mir sicherlich in den Kommentaren auch noch durchlesen werde in Zukunft. Weil mir das jemand dann bestätigt. Oder es noch schlimmer ausdrückt. Ja, ich würde sagen, wir versuchen mal jetzt gegen Leverkusen heranzugehen. Ich gucke mal eben. Leverkusen... Da auf dem 6. Das ist natürlich schon auch eine Ansage auf dem 6. Wobei durchaus sehr viele unentschieden. Nur 5 Spiele gewonnen. Das ist eigentlich nur eins mehr als wir. Aber ein paar Spiele mehr unentschieden. Da kommen die Punkte her. Ja, 20. Spieltag jetzt schon. Und dann geht's los. So ein durchschnittlicher Schiedsrichter lässt auch mal was durchgehen. Das Spiel ist losgegangen. Die ersten 10 Minuten gleich um. Noch kein besonderes Ereignis jetzt. Leverkusen im Angriff. Schuster mit dem Ball. Er schießt aufs Tor. Gehalten. Sehr gut. Ja, also Leverkusen zumindest nach Werten hier die klar stärkere Mannschaft. Wir spielen bei 9 Grad Sonnenschein vor 29.500 Zuschauern. Jetzt wieder Leverkusen im Angriff. Aber der Angriff wurde abgewehrt. Jetzt Bremen im Angriff. Sehr gut. Oh, das geht ratzfatz hier. Aber auch da ist er abgewehrt. Okay. Sauer holte sich den Ball nochmal. Ja. Mal sehen. Zumindest noch nicht so mit den Karten. Jetzt hier eine Chance für Leverkusen. Aber auch das geklärt. 11 Meter für Leverkusen. Das ist schlecht. Nein, 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 nein. Ja, Verletz... Und jetzt wieder. Ah, ich weiß nicht. Jetzt scheint das doch schon wieder... Das scheint doch schon wieder Mist zu sein, alles. Jetzt nochmal Freistoß für Bremen. Und aus 17 Metern aber gehalten. Ärgerlich. So, Verletzungen. Oh. Oh. Ich meine, das ist nicht nett, aber... Oh. 61. Minute. Jetzt nochmal eine Chance für Leverkusen. Mann, 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 Mann. Schießt der aber von sonst wo. Die schießen aus allen Lagen, würde ich sagen. Das wäre die Einstellung bei Anstoß. Jetzt nochmal Bremen im Angriff. Zack. Es geht hin und her. Aus 40 Metern wird geschossen und gehalten. Schade. Warum schießt ihr immer aus 40 Metern? Könnt ihr nicht nochmal vielleicht 20 Meter einfach weiterlaufen? Bode schießt jetzt aus 15 Metern. Das ist doch besser. Tor. Ja. Unentschieden. Bode. Sauber. Marco Bode. Auf den ist Verlass. Vielleicht wechseln wir noch aus. Einfach mal frische Beine rein. Was haben wir? Wind und Rufer. Für Van Lent. Und Eils. Ah, Thorsten Legert. Ne, Eils. Eils für Votava rein. Zack. Vielleicht hier noch ein bisschen offensiver stellen. Ja, da geht doch noch was. Ja, da verliere ich jetzt sicher, weil ich sie offensiver stelle. Aber jetzt, jetzt hauen wir richtig rein. Wir müssen da unten aus dem Tabellenkeller raus. Ah, okay. Spiel ist zu Ende. Unentschieden. Für Leverkusen ja offensichtlich was, was sowieso häufig passiert. Und, ja, gut. Jetzt können wir nur hoffen. Uerdingen hat verloren. Vielleicht klappt das hier. Mal sehen. Ich meine, das sind eben zumindest kleine Schritte, die wir machen. Ja, jedes Spiel, was wir nicht verlieren, ist erstmal gut. So, die Sportschau. Ja, Bayern München gewinnt mal wieder. Aber das war teuer, würde ich sagen. Rote Karte, zwei gelbe Karten. Ei, ei, ei. Dresden, oh, auch vier gelbe Karten kassiert und dann auch noch verloren dabei gegen Frankfurt. Oh, das ist ja hier ein Kartenfestival immer wieder, ne? Oh, der HSV und Köln. Die haben ja irgendwas verwechselt, ne? Also, dass man auch auf das Tor schießen muss, scheinen die vergessen zu haben. Die haben nur aufeinander geschossen da. So, okay. Schalke gewinnt in München. Gladbach gewinnt in Duisburg. Dortmund mit einem klaren Sieg gegen Bayer Uerdingen. Wir spielen unentschieden. Sonst relativ ereignisloses Spiel. Der KSC gewinnt 3 zu 0 gegen Freiburg. Und, ähm, nur wir sind mal wieder nicht in der Elf des Tages. 258.000 Zuschauer, zwei rote, 25 gelbe Karten, 17 Tore. Und wir haben es geschafft, mit unserem unentschieden Dynamo Dresden auf den 16. absinken zu lassen. Naja, das ist ja eigentlich nicht richtig. Die haben sich das selbst zuzuschreiben und wir haben es auf Platz 15 geschafft. Das ist ja zumindest schon mal erfreulich. Ja, und damit sind wir zumindest mal von den Abstiegsrängen runter. Jetzt kommen verlegte Spiele. Da haben wir, glaube ich, nichts gehabt. Und jetzt, oh Gott. Ja, jetzt gegen Bayern München. In Bremen gegen München. Naja, das wird sicherlich eher was für die nächste Folge sein. Nicht mehr für diese. Bayern München Tabellenführer ziemlich deutlich. Hier, 32 zu 8 Punkte. 28. Plus 28 in der Tordifferenz. Äh, joa. Was soll ich sagen? Also, da müssen wir uns schon mal ein bisschen strecken, vermutlich. Andererseits könnte selbst hier mal unser Stadion voll werden. Dann machen wir wenigstens nicht noch ein fieses Minus dabei. Aber das werden wir erst in Folge 18 sehen. Ja, bis dahin bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr wart dabei. Ihr wart doch dabei, oder? Naja. Also, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und hoffe, ihr seid auch in der 18. Folge wieder hier. Denn da müsst ihr ja gucken, wie ich gegen Bayern gewinne. Ist ja logisch. Ja. Angstgegner, würde ich sagen. Das Wunder von Bremen. Das Weserstadion wird kochen. Und Basler wird sich wahrscheinlich vor dem, vor dem nächsten Freistoß erstmal eine rauchen. Naja. Ja, also. Ansonsten schaut euch doch bitte auch auf meinem Kanal mal um. Es gibt noch viel mehr Reihen zu Retro-Spielen hier auf dem Kanal. Wenn ihr euch ja für einen Bundesliga-Manager interessiert. Es gibt auch schon eine Let's Play-Reihe zum Bundesliga-Manager Professional. Und auch sonst einige Manager-Spiele, die da abgedeckt sind. Auch ein paar andere Sachen. Schaut einfach rein. Lasst ein Abo da. Gerne auch einen Kommentar. Was? Vielleicht erzählt ihr mal eure Geschichte mit Bundesliga-Manager Hedrick oder Professional. Oder was ihr so gespielt habt. Und wie ihr dran gekommen seid. Und was für Erinnerungen ihr damit verbindet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Euer Thomas von Tom2Tom Games. Ciao.